Speerspitze Au! Alter, das ist ja eine ganze Armee Die Entdeckung des Nobelteams heute Nacht war keine Anomalie Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert Und jetzt werden wir auf dem Beheri-Territorium angegriffen Samt orbitaler Verteidigung Wir befolgen den Notfallplan Winter und kontern an allen Fronten Das Nobelteam hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt Und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert Deren Ursprung ist noch unklar Die Landezone wurde vom UN ist sehr viel höchste Priorität eingestuft Die Zinsung wartet nur auf uns Verstanden Visiere den Pylonen an Detonation in 3, 2 Achtung! Halt die Leute lieber fest! Halt die Leute lieber fest! Ja, allerdings Oh, was ist das denn? Oh! Sturm, Sturmgrenzen! Ah! Ich dachte, der fickt uns voll in die Fritz! Ja, Sam! Ja, Sam! Hallöchen! Oh, das ist Mörser! Oh, fetter Mörser! Alter! Also gut, so langsam wird die Allianz aber gemein, ne? Oh, der hat gesessen! Der hat gesessen! Der hat gesessen! Der hat den bei den Schießen brauchen! Oh, der hat sich da doch neben gekickt! Oha! Lass mal, lass mal, ich würde sagen, Kollege Schnurrschuh! Ja, pass das! Oha! 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 Zwei war da zu Stress, ja? Der MND ja zweifeindliche Flags südwestlich deiner Position. Oha! 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 Boah! Übernimm den Ward-Og-6! Ein bisschen war... Wo bist du? Äh, hierhnt und ich... Nein, du machst... Du machst hier nicht den... Du machst hier nicht den Beifahrer, du leuten... Du Arschloch! Ich will, dass du läufst! Ich will, dass du läufst! Ich will, dass du läufst! Haha! Oha! 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 Suk naught! Oh! Oha! Oha! Oha neunоваsehen! Oha PARKP pall Hal. Oha! ein kollegen hat so scheiße der hat der ist dritte ich habe ja 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 hier ist aber los ich brauche mich bei der team rot ja ich auch jetzt gar nicht gut wir haben ja auch nicht mehr also wenn wir noch mal an da gekommen ach so dass wir die knarre ja mit schießt das ding nicht ist an meiner maus oder was die eine einzige alien knarre die schießt nicht die schießt dann muss wieder teilen eine fresse ich glaube da klingt irgendwie nicht so gut dann wird die verfassung jetzt eingeladen gut ein bisschen bescheid der zerlegt ich bin ich bin gestorben die da oben haben richtig bock auf uns glaube ich ach so dass unsere erlaubnis für 22 4,6 erteilt da ist er da ist er habe ich eigentlich die gleiche rüstung wie die tour an äh wo bist du ja die südstraße ist es die hier ja oh da siehst du geschützt ist links oder rechts keine ahnung fahr mal rechts lang dann kommen wir zurück nee andere richtung am besten oder da kommen wir auch noch zurück oder nicht was ist das hier für ein betrug gerade mal steuerung da hinten ist krieg das stimmt aber ein bisschen verwirrt dann viel spaß bei euch ja wir bleiben wir hier der gute sicht was sind das hier für den dingen da ist ein teleporter oder cool ja perfekt was ist der sinn davon stücke fest da tut sich gar nichts weil ich kann nicht ich kann nicht nur ich kann nicht auch abschießen ne das geht aber auch ja machen wir sie wurden von paris betrogen spiele entfernen ich kann die ganz rausschmeißen vergeben escape ich vergeben die man so im ernst ich will da hoch soll ich was bringen wir müssen hier lang okay die soll ich eigentlich schon wieder fest ich niemals spieler sind spieler sind zu viel spieler sind betrogen ich hätte die jetzt einfach rausschmeißen können aus deiner eigenen lobby ja geil ach ja admin wurde gegen den kausten geschritten hallöchen ähm danke wir übernehmen sehr freundlich nein danke ich habe gesagt ich übernehmen hohoho Leute das ist von unseren eigenen Leuten erledigt worden ne au 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 ich habe gesagt wir übernehmen einfach überfahren jetzt sagt ei 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 wo ist die das Ding die da haben wir auch schon ganz schön ich glaube ich lass es lieber wir brauchen es ungesund weiß ja ich mag die kleinen Giftswerge so gerne oh schau oh der zwei dahinter stopp oh du bist gerade ich bin gestorben ja au 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 aber wir werden da glaube ich erst dazu mit der zeit meisterchef der meisterchef genau der tschüss ich wollte mich interessieren ob man die steuerung umstellen kann oder ist das wieder so wie bei autofahren flugsteuerung blickumkehrung geschwind keine kinokamera also alles mit einstellen natürlich das ist die einzige steuerung ich muss sagen war borderlands macht die maussteuerung besser also ich finde es hier ja aber jetzt in dem vorteil dass du noch mal ein bisschen mit mit der mit der maus gegen denken kann der mit den tippen mit den zwei tasten auch der mutter auch kleiner hässlicher mist beutel sie ja ich habe ihn aus dem geschütz rausgeballert kleines arschloch das war mobbing die verbündete da der allianz station haben ein hochrangiges ziel gesichtet lieber mobbing ein zelot da haben wir es mit etwas großem zu tun den tüchel geklappt erledige den zeloten falls es sich ergibt aber geh weiter zu dem koppel das soll der sind da oben du dachdecker du dachdecker ich habe immer oh ne was ist das denn das war mobbing alter er hat den beruf auch anders vorgestellt ja das davon gehe ich aus aber ist nicht mein problem tatsächlich das ist ja nix übrig geblieben von den junge 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 nein nicht lagging nein nicht lagging nein hören sie auf guter schutz guter schutz mal deinen geschützern meinen es einfach kleiner hohen sohn das ist eine mine was ist das ist alles ist keine mine sind das ist heilung schildträger sind ausgeschaltet mich wo eingestellt zehn jahren auf der auf der schwarzen liste den hat es zerlegt Oh, da lag was Wir sind drin Nicht reingehen, nicht und nicht Oh, auch nicht schlecht Hab ich ein bisschen ernst vorgestellt Maul halten da unten Wir gehen mal an eure geheimen Basis Wie absolut nicht geheim ist, aber Shoot and scoot Und tschüss Easy Ah, Schupf, ist das ne Knar? 100 Hals Ah Ah, ah Den holen wir uns Ey, ey, wie war es da, was ey Echt so ein bisschen so Wow, das Ding ist ja sehr schnell Oh mein Gott Oh, du Scheiße Hier geblieben Oh Noch einmal hier Fragen, gut Ja, war einmal Wegtreten, ihr Pisser Neutralisierende Mutter, Junge Oh, ich hab dich überschlagen Denk daran, wir müssen rein ins Geschütz am Ende Ja, 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 ja Ok, ok Gut, wenn du von da angreifst, guck ich mal, wie ich mich von hier angreifen kann Ja, mach das mal, ich guck mich mal, wie ich mich um uns mal bis noch Soldaten sind wir jetzt hier Ja, ich bin alleine, ne, prank, bin auch nicht Ich bin's gar nicht alleine Wo bleibt der Nachschub? Wo sind die, die unten da unten? Hilfe! Oh, der hat aber einen Dicken hier Oh, 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 das sind Schmerzen Oh, 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 der hat mich einfach überfahren Der hat mich so glatt gebügelt hier unten Ne, jetzt mal respawn langsam Lass mich doch respawn, du Eierkopf Ich bin, aha, warte Werde mich zurückfahren lassen? Ja, lauf mal irgendwo hin Ja, genau, jetzt kann ich jetzt mich hier, dann perfekt Ja, du kannst mit einsteigen, ne, wenn du willst Echt, ja? Ja, ja Oh, ja, let's go, rein nach Oh, shit Au, das gibt keinen Namen Sieh mir da so schnell nicht los Der hat wohl eine Pantelle Okay, klar Hallo Einer von denen hat mich platt gebügelt Nice Die sind gleich da, da gut Ah Er wird hier Oh Was ist das für ein Scheiß? Ah Wow Hallo Oh Gott Nice Oh ja, ich kann ja gar nicht vor dem Weg laufen Oh Und Ja, geht er weg Ich fühlst du tot, ne? Ja, ich leb wieder, alles gut Okay Ich wollte mich sonst weg abhauen Weg abhauen Um dem du jetzt spawnen kannst Den ersten hab ich Den ersten hab ich Oh Ich weiß gar nicht, wie ich hier bin Ich frisch das Und frisch Oh, ich hab mal einer Verdammt Was ist das für ein Scheiß? Oh 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 neutralisiert der typ stirbt aber nicht jetzt geschützt man nicht so will sie sterben ich habe es nicht so weit darauf darauf zuläuft sonst kannst du ich kann aber nicht immer gegen diese großen dicken ja auch die drehen sich um wenn man zu nah ran geht dann haben wir einfach kaputt wie soll das gehen ich weiß ist ja nicht der was das überlebte hallo ja sag ich ja hallo meine fresse diese vier sind so dumm ich frage mich echt wie ich das alleine geschafft ja ich frage mich das auch und diese 15 folgen das war rekord meine fresse hallo ich möchte gern zu fuß gehen die kuppel die muller ja ja deine mutter spielt ja hast du auch so geschützt bei dir doch doch habe ich dachte schon schnauze da unten die holen so nach so sieht es wirklich aus ihr könnt euch ficken gehen die affen also im anfang habe ich noch gedacht jetzt hätten die spiele einfaches game gut durch nennen aber mittlerweile sind hier ist die allianz natürlich schnauze hat es gewonnen ich mache ganz schön stress diese kleinen hohen so ne hohohoho da kannst du aber auch reinhalten den dinger ne meine fresse hast du du musst die erste du hast du nur auf deiner seite hast du ne ja noch welche ja ja nice der hinder hat es zerlegt oh mit info unbekannt mnd info scheiße das ist nicht so geil vielleicht sollten wir ja nicht reinfliegen ähm ok au vollidee reinzufliegen ooo aua hm aua au nicht schon wieder mein lieblings ringfinger auch ne das bezahlt die versicherung nicht mehr mann nicht schon wieder die schulter aus den kugelschielle ist das normal dass mein kli nach innen zeigt aua einmal wieder gerade drehen hahaha ah ja im moment einmal kurz knacken Danke, jetzt bin ich halb tot. Jetpack. Okay, Jetpack wollte ich aber ganz gerne ausprobieren. Wie geht das? Ja, ne. Au. Ich mauele. Ne, doch nicht. Lecker, du zwar. Halt du Jetpack ausprobieren willst, ne? Aua, scheiße. Pass auf. Ja, uhrer dabei. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Ich höre im Augenblick an, ey. Ah Gott. Das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ja? Ja? Ich habe den High Ground. Ja, du wirst mit der Power'n. Neck mich anecken. So, dass die Sith zerstört, wenn ich ihn anschließen. Äh. Einige, seitdem ich diesen einen Short geschickt habe, wo Obi-Wan so sagt, dein Vater war bei den Boden ist klar. War nie besonders gut. Sehe ich den riechert in den anderen Augen. Oh Mann, das ist so geil gewesen, das Ding. Oh Gott. Kennst du zum Beispiel der Boden Slava? Da war dein Vater nie besonders gut drin. Oh, aua. Dann bin ich so, hä? Verstehe ich nicht. Und er so, hä 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 hä. Das ist geil, dass ich den Film vor einer Woche nochmal gesehen. Und, also beziehungsweise die ersten drei schon mal. Okay. Oh Mann, meine Fresse. Also. Also. Ach Gott. Ne. Also der Typ ist ja wirklich dumm wie Scheiße. Äh. 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 Noch mal viel mehr. Ja. Wolle ich ja wieder entdecken. Oh, da schießt ihn doch irgendwas. Da guckst du die ganze Reihe nochmal durch. Genau, ja, wir schauen das grad nochmal. Haben wir die ersten drei und Solo gesehen. Das witzige, was Solo ist, wenn Chewbacca da nicht vorkommt würde, würdest du dich merken, dass das ein Star Wars Film ist. Das ist doch Wahnsinn. Ich meine aber, als er ganz gut war, als Film 10. Ja, als Film an sich ist ja tatsächlich ganz gut, aber du merkst gefühlt einfach nicht, dass das ein Star Wars Film ist. Das ist... Au. Dafür kennt die Story nicht mehr gut genug. Das kann aber sein. Äh. Ja, genau, Alter. Das schießt sich, pass auf. Oh. Ja, genau das meine ich nämlich. Eine konnte ich auch mit zwei. Von, von, zwei. Ja, das, äh, ja. Zwei von zwei wäre besser gewesen, tatsächlich. Für dich war die andere. Ah, zwei gibt es. Ach, probiere ich doch mal aus. Ah, come on. Bin ich schon einmal gestorben, dann kann ich noch mal sterben. Das ist richtig. Aua. Nicht Augen lesern, meine Augen gut sind gut genug. Danke sehr, das ist sehr nett von euch, aber. Stärke fälligst du, Kakerlake. Aber ich will dir auch mal diese Lederknarre wieder haben, die war aber richtig lustig. Das ist immer so geil, wie du durch die Gegend flutterst, wenn du deren Jetpack zuschießt. Ja, die 10 Zwerge. Nach dem Abflug und Zwerg durft. Coolen Flugabschlag. Ja. Ihr seid uns größemäßig nicht gewachsen und, äh, können nicht sein. Das geht ja auch nicht. Oh. Bin süß. Ihr seid wie mein dritter Hoden. Ihr seid mir einfach nicht gewachsen. Mhm. 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 Schön. Oh, oh, in die Fretze. Mhm, das ist das, danke. Mhm. Fresse du Sackgesicht. Dann guckst du ja bald wieder Rose an, ne? Weil ich wüsste da achten. Oh, Gott. Erinnere mich nicht daran. Das ist nie passiert. Der MNE-Heddy-Kuppel für Teleportationspumpe. Los. Klar, wieder ab, du Stück Scheiße. Ne, man wird's. Lass es bitte. Ja, Jack, wir wüssten ja nicht ganz gut reinfliegen können. Ja. Ha, hier kommt mich mal. Ha, 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 ha. Oh, guten Tag. Ich hatte gar nicht meine Freunde. Oh, wird gelaufen, Arschloch. Wird gelaufen. Na? Du nur Raketen, Johnny? Oh, das war Mobbing. Das war Mobbing. Alles gut. Kann ich da rein? Ja. Oh ja, ich kann da rein. Guck mal was. Du kannst 360 Grad drehen. Oh, Ticker, ich kann... Ja! Das ist ja geil. Ja. Maul da unten, ihr Fickfehler. Oh, ähm, 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 ich wollte da nicht hin. Ich bin jetzt ganz oben. Wuhu. Oh. Ich bin das Portal gegangen. Okay. Okay. Koppelstelle, die aktivieren. Wirst du da hingekommen? Bin gefallen. Ähm, in diese, in diese Portale rein. In diese... Ah, okay. Ich würd's gar nicht so hoch geht, dass wir da auch mal reingegangen. Jaaa. Ihr seid so am Arsch. Ich kann fliegen und hab'n Schwert. Was wollt ihr dagegen tun, hä? Was? Hahaha. Ihr könnt mir mal so die Eier lecken. Geil. Ich kann fliegen aus dem Schild. Was soll ihr tun? Hahaha. Ja, ist ja so. Oh, ich hab das Ding kaputt gemacht, glaub' ich. Das erste Spiel heißt Halo, nicht. My, middle gear. Riving. Ich hab das Ding kaputt gemacht, glaub' ich. Und tschüss. Hui. Ah, Apache Fötchen. Danke. Oh, ei, ei. Zentrale. Noble 1 hier. Koppel 1 okay. Ihr könnt angreifen. Oh, ey, ey, ey. Schönen Tag noch. Verstanden, Noble 1. An alle Bodeneinheiten. Fregatte 3 1 8 kommt. Und MAB-Projektile wurden autorisiert. Mapp-Munition in der Atmosphäre? So bekommt man auch Aufmerksamkeit. Gut festhalten, Leute. Hiya. Oh, nein. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Mo NSC Fregatte Crafton. Hören Sie mich? Die Crafton ist stammt. Die müssen hier weg. Schnell. Oh. Oh, shit. Das ist ein Friendship Beam. Also irgendwie wir zerstören eine Kuppel und die holen gleich unser ganzes Schiff runter. Der Schiff ist halt so groß wie der Planet gefühlt. Was ist das denn? Nee. Wih肉. Also, das war richtig, Limonix in der Skist, glaube ich. Vielen Dank.